Meine Freunde, das fühlt sich heute fast an wie ein Kunst-Tutorial. Ich bin es irgendwie nicht gewohnt, das ist weird, aber es ist auch irgendwie schön. Denn heute soll es um Kameraperspektiven und Beleuchtung gehen. Das sind die wahrscheinlich größten Aspekte, die ich für meine YouTube-Zeit hier auch schon lernen musste. Und die auch natürlich mit Midjourney ziemlich stark beeinflusst werden können. Ich empfehle euch, das als Kombinationsmöglichkeit mit anderen Dingen zu sehen, die wir auch schon besprochen hatten. Also das ist ja hier eine Tutorial-Reihe. Die anderen Videos helfen euch selbstverständlich, das noch ein bisschen mehr on the edge zu bringen. Okay, wir fangen an mit dem Standard-Foto. Das ist unsere Baseline, die wir erstmal nutzen. Ich habe extra wieder denselben Seed überall genommen. Ich habe überall Version wieder 5 genommen. Ich habe überall dazu geschrieben, Shot on Canon, bla bla bla. Und ich habe überall dazu geschrieben, Retro-Style-Photo of a Woman. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist alles, alles dasselbe Bild. Das Einzige, was ich geändert habe, ist erstens mal der Winkel, in dem die Kamera steht. Das Zweite ist die Beleuchtung, die wir uns angucken wollen. Das ist unsere Baseline also. So sieht das Standard-Bild aus. Und ja, ist ein schönes Foto, kann man jetzt glaube ich nicht sagen. Sogar die Hand hier ist richtig geworden. Aber an sich jetzt, ja, ist gut. Gut, jetzt haben wir hier aber natürlich ein kleines bisschen was anderes. Und zwar hier haben wir den Low Angle reingepackt. Low Angle heißt, die Kamera guckt von unten nach oben. Ich habe mir sagen lassen, dass man das häufiger mal macht, wenn man irgendwie was bedrohlich wirken lassen möchte zum Beispiel. Dann macht man so ein Low Angle eher. Und ja, hier kann man sehen, das ist aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Foto geworden. Je nachdem, was man halt möchte. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, einen High Angle zu machen. Wobei der High Angle schon fast ein bisschen übertrieben ist. Man kann dann natürlich auch noch ein bisschen genauer sagen, wie hoch der Angle sein soll. Kennt ihr vielleicht von ein paar Selfies, dass man die eher von oben schießt. Ja, kann man machen. Dann haben wir aber trotzdem noch mehr Möglichkeiten. Und zwar können wir auch sagen, ey yo, mach mal bitte einen Drohnen-Schuss. Das ist allerdings ein kleines bisschen in die Hose gegangen, weil hier tatsächlich die Drone dazugekommen ist. Eigentlich fast immer, dass die Drone hier zum Beispiel wahnsinnig klein geworden ist. Aber trotzdem sehen wir hier die Idee, die dabei entsteht. Also hier vor allem bei den drei Bildern, bei dem hier nicht unbedingt. Der Drone-Shot ist normalerweise ein Schuss von oben. Das ist nur relativ ungewöhnlich, dass man hier dazu schreibt, dass es dann so eine Kamera ist. Ich wollte es aber euch tatsächlich mal so direkt zeigen. Ihr könnt das Ganze aber auch als Bird View bezeichnen. Also Bird View Photo of a Woman. Das macht dann im Endeffekt eher so die Sicht, also die Vogelperspektive ist das im Endeffekt. Und ja, die ist natürlich stark von oben. So, selbstverständlich haben wir hier auch die Möglichkeit, das Ganze von der Seite uns geben zu lassen. Das wäre das Side Angle View Photo. Und wir haben natürlich das Back View Photo. Das ist auch eine Möglichkeit, die wir hier haben können, von hinten quasi das Foto zu machen. Und wir haben verschiedene Teile, die wir sehen können. Das können wir übrigens kombinieren. Also wir haben hier einmal, zu dem Perspektiven nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Wir haben hier einmal das Retro Style. Normale Foto mit gar nichts drumherum. Das hier ist Low Angle. Das hier ist High Angle. Anschließend haben wir Drone Shot, der wie gesagt auch gerne Bird View heißen kann. Dann haben wir Seite, also Side Angle View. Und wir haben Back View. So, jetzt kommt es noch darauf an, was kann ich denn eigentlich sehen? Also wie viel von dem Gesicht kann ich häufig sehen? Oder wenn ihr sagt, dass das was anderes im Fokus sein soll, zum Beispiel die Hände, dann wie viel von den Händen kann ich sehen? Häufig hat man sowas wie ein Close-Up-Foto. Close-Up bedeutet so viel wie wirklich direkt ans Gesicht ran. Das kennt ihr häufig von Passbildern. Das sind Close-Up-Fotos. Sehen wir hier, würde ich sagen, relativ gut, dass das halt Fotos sind, wo es wirklich sehr, sehr nah ist. Wie gesagt, kombiniert das gerne. Ihr könnt den Angle kombinieren mit wie viel man sehen kann. Und später natürlich auch mit der Tageszeit und der Beleuchtung, die wir uns noch angucken werden. Das heißt, kombinieren. Ganz, ganz wichtig. Diese einzelnen Teile kombinieren. Wenn sich allerdings manche Sachen widersprechen, also zum Beispiel ihr sagt Backview und, oder ihr sagt Side-Angle und Backview, dann kommen komische Dinge bei raus, weil es nicht so ganz klar ist, was gemeint ist. Ist aber eigentlich relativ logisch, würde ich behaupten. So, dann haben wir natürlich Full-Body-Shot. Wobei fairerweise diese beiden hier keine Full-Body-Shots sind. Ein Full-Body-Shot ist, wenn man den ganzen Körper sieht. Und das wäre das hier und ja, das hier, weil sie da kniet. Aber im Endeffekt ist das die Idee dahinter. Gut. Anschließend haben wir natürlich auch noch den Medium-Full. Das ist so die amerikanische Perspektive, habe ich zumindest früher, glaube ich, irgendwann mal gelernt. Die so von unterer Oberkörper aufwärts ist. Eigentlich so Bauch aufwärts irgendwo so dort. Kann man, oder die Halbtotale, heißt das Halbtotale? Nee, Halbtotale wäre tatsächlich eher das hier gewesen. Also der Full-Body-Shot heißt auf Deutsch, soweit ich weiß, Halbtotale. Zumindest ist das hier ungefähr eine Halbtotale. Während die Totale nimmt halt noch mal viel, viel mehr von außen rum auf. Also quasi so von der Umgebung mehr. Und amerikanisch wäre das hier ungefähr. Das würde hinkommen. Die beiden sind eher so American-Style. Also ich weiß nicht genau, wie es auf Englisch heißt tatsächlich. Könnt ihr aber gerne mal probieren. Und Medium-Full wäre halb nah. Tatsächlich, das macht mehr Sinn. Medium-Full, halb nah. So ab Bauchnabel aufwärts ungefähr. Und dann haben wir natürlich noch Nah und so weiter und so fort. Also ihr könnt das Ganze kombinieren. Wie gesagt. So, jetzt geht es in die Beleuchtung über. Und die Beleuchtung, die ich am allerliebsten momentan mag, ist diese hier. Wobei ich es interessant finde, was da aus dem Retro-Style geworden ist. Da bleibt nämlich nicht mehr allzu viel übrig. Das ist das Cyberpunk-Ambient. Dann kommen wir so ein bisschen in die Zukunft. Und Red-Blue-Lighting. Finde ich hat einen super geilen Effekt. Weil es hier eben diese Kontraste so extrem stark beleuchtet. Ihr könnt, wie gesagt, das Ganze auch kombinieren. Wir hatten uns ja vor ein paar Videos angeguckt, wie wir unsere Fotos selber so bearbeiten können. Das heißt, ihr könnt ein Foto von euch hier reinziehen. Und dann einfach hier den Winkel wechseln. Und das Ambiente setzen. Und die Beleuchtungsfarbe zum Beispiel setzen. Oder die Beleuchtungsintensität. Witzigerweise bei Cyberpunk-Ambient-Red-Blue-Lighting habe ich in meiner Vergangenheit fast immer bemerkt, dass nachts bei rauskommt, weil man dort dieses rot-blaue Licht eher sieht. Das ist quasi so im Netz drin oder halt in dieser KI drin. Ey ja, Red-Blue-Lighting siehst du halt eigentlich nur, wenn es dunkel ist. So natürlich ist dann dunkel, damit die Beleuchtung mehr zur Geltung kommt. Also das ist so eine meiner liebsten Beleuchtungen. Und ja, kann man selbstverständlich auch hier wieder mit den Perspektiven und den Angles kombinieren. Denn Bright and Sunny Day wäre so die andere Alternative. Die hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt. Da kann man gerne noch dazu schreiben, sodass die Beleuchtung eher smooth sein soll und nicht so stark sein soll. Übrigens hier oben das Retro-Style habe ich auch noch dabei. Das beißt sich allerdings wahrscheinlich ein bisschen mit dem Cyberpunk. Weil Retro ist jetzt nicht unbedingt Cyberpunk. Das wäre eher so Zukunft. Gut, selbstverständlich haben wir dann noch die Möglichkeit, das Ganze bei Regen zu generieren. Und dort dann eben dafür zu sorgen, dass irgendwoher immer irgendwelche Regenschirme spawnen, die wir hier auf irgendwelchen Köpfen sehen. Bei Regen muss ich tatsächlich sagen, fast immer ist ein Regenschirm dabei. Und das ist ein bisschen weird. Ihr könnt aber tatsächlich mit Minus Minus No den Regenschirm einfach rauswerfen. Ihr kennt die Minus Minus No Option noch von den letzten Videos. Dass wir hier einfach sagen können, ey, Minus Minus No und dann Umbrella dazu schreiben. Also Minus, ich mache das einfach mal direkt. So, während das wieder rechnet und bearbeitet wird, haben wir selbstverständlich noch die Möglichkeit, Snow reinzunehmen. Das hier ist jetzt mit Schnee. Und ich habe hier noch eine Kleinigkeit zusätzlich geändert, weil ich mir dachte, okay, komm, jeder kann sich selber die Sachen überlegen. Cinematic Lighting ist auch etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Achtet hierauf, hier ist die Beleuchtung relativ smooth und nicht immer perfekt ausgeleuchtet, aber meistens sehr, sehr gut. Während bei Cinematic Lighting, da sieht man dann häufig, sind die Personen wirklich in einem Licht, das von irgendwo herkommt. Man kann sie eigentlich immer ganz gut erkennen. Vor allem bei dem links unten sieht man, dass das wirklich so Cinematic sein soll. Ja, es funktioniert auch ganz gut. So, dann haben wir hier nochmal Fog und Mist. Ist eigentlich im Englischen zwei unterschiedliche Sachen. Mist ist eher so der Staub. Und Fog ist eher so der klassische Nebel. Aber ja, das ist auch sehr, sehr gut geworden. Pink Blue Streetlights hat nicht so gut funktioniert. Ich glaube, das hat sich mit Retro gebissen, weil das auch eher eine Sache von so Cyberpunk Ambiente ist. Und hier haben wir dann eben so eine pinke Jacke bekommen und eine blaue Beleuchtung. Muss man sich immer überlegen, okay, wie verarbeitet das Netz das Ganze? Was widerspricht sich? Wie kriegt es die Sachen dann doch unter? Und ja, dann macht es halt solche Sachen daraus. Das darf man immer nicht vergessen. Wie arbeiten eigentlich solche KIs? Wo finden wir diese Elemente dann vielleicht wieder? Wenn sie irgendwie nicht ganz logisch sind, dann findet man sie häufig dann doch an anderen Komponenten wieder. In dem Fall war die pinke Straßenlaterne vielleicht ein bisschen too much und wir haben eine pinke Jacke bekommen. Okay, hier haben wir dann Neon Lighting bekommen. Ich glaube, Neon Lighting kann man ganz gut mit Retro verbinden. Sehen wir hier, ist allerdings nicht unbedingt das, was ich jetzt als super retro bezeichnen würde, aber so ein bisschen halt zumindest. Also man sieht halt hier diesen Neon Beleuchtung Hintergrund und man sieht es natürlich auch hier vorne. Jeweils spiegelt sich die Beleuchtung so ein kleines bisschen. Und das finde ich ziemlich faszinierend, dass die Beleuchtung so gut wiedergespiegelt ist. Also hier haben wir so eine Lampe, ihr seht das hier. Und hier an der Jacke sehen wir diese Farbe von der Lampe, die da wiedergespiegelt ist. Das macht es eigentlich automatisch und man musste eigentlich selten was noch dazu machen, was wirklich, wirklich beeindruckend ist. Gut, Kontrast zu Neon Lighting ist immer so ein bisschen das Chrome Lighting. Das Chrome Lighting ist eher so was Glattes, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, aber sieht halt einfach komplett anders aus. Ist eher so dieses matte, glänzend, nicht glänzend, sondern, ja, you know, Chrom halt, ne? Genau. Und ein ganz spezieller Fall, der hier überhaupt nicht funktioniert hat, den ich euch aber gerne mal vorschlagen kann, macht das dann allerdings ohne das hier, ist die Double Exposure. Ähm, aber zu den Stilen kommen wir nächstes Mal noch, das hat allerdings hier überhaupt nicht funktioniert. Gucken wir uns separat an, wollte ich einfach nur experimentieren, wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, weil es nicht gut funktioniert hat. Hier unten sehen wir jetzt allerdings noch das, ähm, Regenfoto, allerdings ohne Umbrella. Ähm, und ja, die Dame ist jeweils nass geworden. Funktioniert ziemlich gut, also minus minus no Umbrella, wenn ihr kein Umbrella wollt. Gut, das waren so ein bisschen die Beleuchtung, ähm, und die Angles und so weiter. Wie gesagt, kombiniert das ganz gerne, und wenn ihr coole Fotos generiert, könnt ihr die natürlich auch gerne mir an Instagram irgendwie, mich markieren oder sowas, und dann sehe ich die natürlich auch. Ich würde mich freuen, und ich bin gespannt, was ihr alles produziert. Bis zum nächsten Mal, ciao.